Kreuzerhöhung Merkendorf, St. Georg und St. Landbert, München, St. Michael, Münster, St. Nikolaus von der Flühe, Neustadt an der Weinstraße, St. Michael, Nordholz, St. Zibaldus, Nürnberg, Verein Gemeinschaft Opfenbach, St. Andreas Karsberg, Herz Jesu Pforzheim, St. Nikolaus Kinsberg und St. Matthäus Wiesenthal, St. Bater Pio Schneidheim, St. Michael Schwab-München, St. Christophorus Stolzenau, St. Elisabeth und St. Clemens Stuttgart, St. Clemens Langen, St. Katharina Wolfeck, St. Sinforian Selam-Harmesbach, Ferner Püchergruppen aus folgenden Orten, Augsburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Burghauen und Steinbach, Magsburg, Melsungen, aus dem Oldenburger Münsterland, Neustadt an der Donau, Ravensburg, Schneidenbach, Traunwalchen, aus Fechter und aus Wolfenbütteln, Teilnehmer der Leiterkonferenz der Evangelisch-Lutherischen Landeskirchen Europas, Studenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Elterngemeinschaft des katholischen Gymnasiums Lyoninum-Handrück, Kolpin-Familie Heilbronn, Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln, Kulturverein Forum Hersung, eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Verkehrsverein Kevelar, Milchliefer-Genossenschaft Mark Redwitz, Leserensemble Mark Oberdorf, Mitarbeiter des Krankenhauses Ludmillenstift-Neppen, Ludwig-Thomachor-Prien und die Leserreise des Traunsteiner Tagplatz. Ferne Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen. Gymnasium Höchstadt an der Aisch, Südstadt-Gymnasium Halle, Hans-Baldum-Gymnasium Schwäbisch-Gmünd, Maristenschule Recklinghausen. Fernadministranten aus dem Verein St. Peter und Paul Aisch, aus der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt, Maria Himmelfahrt, Garmisch-Baden-Kirchen, St. Andreas-Wachkant und St. Ludwig-Oberau, St. Peter, St. Andreas und St. Stephanus-Kirchheim, St. Oswald, St. Martin und St. Stephanus-Unterdingau, sowie aus Steinfeld. Schließlich Kolping-Jugend-Freizeit-Ankunft. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen. Pilgergruppen aus dem Pfarrer Heiligstes Herz Jesu, Mettersdorf, St. Michael-Wels, sowie Pilgergruppen aus Brixleck und St. Martin, sowie Ministranten aus der Pfarrer Buch-Kennelbach, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Pilger aus der Pfarrerei St. Alexander-Adorf und Ministranten aus der Pfarrer Pfarrer Iffef. Aus Südtirol, Republik Italien, verschiedene Pilger aus der Diözesen Bootsen Brixen, sowie aus Bootsen. Aus Südtirol, Republik Italien, 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.